Musik Hallo liebe Freunde und gepflegte Unterhaltung, was geht? Hier ist wieder euer Hellraiser, heute mal mit einem Video von mir, das nenne ich mal angefasst, weil ich habe mir vor kurzem den Vault bestellt, das ist eine kleine Hülle, die kommt noch um die Xbox 360 drum rum. Hier seht ihr ein kleines Bild von den drei Versionen, die ich kennenlernen durfte. Entschieden habe ich mich jedoch für die Vault Variante des Major League Gamings, dass auf der Seite so ein Vault Kopf drauf, das sieht sehr genial aus, auch die Beleuchtung ist natürlich in den Farben der Major League Gaming. Das sehen wir im nächsten Bild. Da ist der eben schon erwähnte Kopf, ist jetzt ein bisschen eine Nahaufnahme, nur um mal zu zeigen, wie die ganze Geschichte aussieht. Baut sich sehr leicht zusammen, steht wirklich bombenfest, wenn es denn mal ordentlich zusammengebaut ist und macht meiner Meinung nach einen echt guten Eindruck. Da die ganze Geschichte schon etwas älter ist, gab es vor kurzem oder beziehungsweise vor Jahren noch den Nameplate vorne, den man sich selber machen konnte, das sind die drei Löcher, die jetzt übrig geblieben sind. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen, aber mit LEDs wird garantiert was möglich sein. Heutzutage wird ja alles mit LEDs gemacht. Ich bin erstmal sehr zufrieden, für 30 Euro momentan bei Amazon zu kaufen. Für mich war es jetzt einfach mal, um die Konsole zu verschönern, keinen speziellen Hintergrund. Hat mir einfach gefallen, dachte ich, muss ich haben. Das war es auch schon wieder von mir. Wenn ihr näheres wissen wollt, schreibt mir einfach. Ich bin erreichbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Hellraiser.